hallo leute ich bin Manuel und willkommen zu einer weiteren folge von BILDZ ja leute was machen wir heute heute haben wir jede Menge zu tun zwei leute erstens wenn es hell ist das ist jetzt schon soweit werde ich erstmal Barbara zum Sammler machen das heißt die wird nichts anderes machen außer sammeln Handwerker auch nicht geduldig das weiß ich nicht was das bedeutet deswegen lasse ich das mal Medizin nicht Jagd nicht sammeln ja Landwirtschaft nein noch nicht Zähmung nicht zu kochen nicht Wartung nicht forschen nicht die ist nur für Sammeln da als zweites warum mache ich das überhaupt das ist halt weil meine Siedler verhungern und das muss eigentlich gesammelt werden ziemlich schnell und deswegen möchte ich dass wir nur einen Sammler haben der das ganze macht für uns zwar am besten hier hier gibt es so viele Pilze noch weil wir in diesem Gebiet nicht waren und die soll das jetzt bringen und sammeln nur diese Arbeit wird sie machen erst mal wie gesagt für kurze Zeit zweite Sache wir müssen noch etwas bauen äh das werden wir noch machen und forschen wir werden kurz heute ähm etwas forschen weil wir das brauchen und zwar wir werden Steinabbau forschen beziehungsweise Bergbau ja ähm das werden wir jetzt machen ähm aber wie gesagt erst mal will ich das ganze mal posiert halten damit wir hier ein bisschen uns um Essen kümmern so da ist noch ich weiß dass sie den kreis größer machen kann aber mir reicht auch so deswegen lasse ich das erst mal so und haben da da hier 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 da da das soll erst mal reichen so jetzt zur forschung leute es gibt folgendes wir haben Landwirtschaft erforschen und jetzt will ich entweder also erst mal den Bergbau das ist mir wichtig und dann Primärwaffen dann Architektur bedeutet wir können dann Häuser bauen äh und so weiter also dann kommen wir also Primärwaffen und Bergbau das ist unser Ziel für heute los geht's dann Leute ich habe ja gesagt wir werden etwas bauen ähm und wenn ich das sage dann werden wir es ich habe etwas ähm nicht gesehen und zwar Steinmetz Tisch den brauchen wir jetzt ja ähm wir werden den jetzt hier bauen erst mal ja hier in der Reihe ich weiß nicht wie ich dann ähm brennholz soll weg und erst mal so planten jeweils fünf so die barbara wie gesagt die soll eigentlich der sammlerin sein wo ist ja eigentlich da du bist nur sammlerinnen trägerin was machst du nicht du trägst holster ich hab dir doch gesagt du sollst sammeln du bist jetzt sammlerin dann sehen und kochen wartung sammeln ja aber doch nicht das hier das ist nur holz das brauchen wir nicht so dringend was wir brauchen ist essen das haben wir schon mal gemacht jetzt warten wir ab bis das ganze die sammeln jetzt alles was da rumliegt aber nicht schmeißen oder was so haben wir geforscht ja fast so jetzt sind die gegangen weil die barbara die die setze unterwegs was anderes zu sammeln ein Steintisch brauchen wir wir haben wieder die Nacht ich überlege gerade Leute ähm also wir brauchen viermal Waffen für heute und Steinbruch wie gesagt Leute also wir brauchen die alle wir haben zu wenig Leute und deswegen ähm ich werde erstmal nur Sammlerinnen machen die soll das Pilze sammeln vor allem denn das Holz haben wir eigentlich schon ins Lager ich weiß nicht wo die jetzt alle sind ja weil Barbara die ist jetzt beim sammeln schon steht da vom Regen angegossen und nicht abgeholt Robert studiert und der bringt Essen oder der hat gerade gewissen Barbara bringt gerade uns Essen das ist gut ich hoffe dass die jetzt zum Lager schafft so so wir haben jetzt Stein gemacht Bergbau bitte erstmal den hier wenn jemand Zeit hat dann die Steintische Steintisch wird gerade gemacht wird gerade gekloppt so wir haben jetzt den Stein Tisch Steinblock hat Steinblock so Steinblock können wir auch mal ein paar machen erst mal am Anfang erst mal Planken so Barbara trägt was aber das falsche ne ich sehe sie trägt wirklich nur das falsche nicht das was sie muss sie trägt was eigentlich auf dem Weg liegt es wird nachts sorry dass ich so ruhig bin Leute ich ähm ja ich überlege nebenbei was wir als nächstes machen also primären waffen wäre super jagen es hätte uns geholfen sie ja ich glaube wir gehen in architektur erstmal bedeutet so viel wie können uns häuser bauen und das problem ist barbara ist so dumm zum essen zu sammeln die holt alles aber kein essen sie bringt eigentlich nur das was hier rum liegt so wir schauen wir ich glaube forschen lasse ich erstmal durch hier sind doch hier sind noch nicht fertige tanken forschen weil wir haben minus 1 also wir haben nun minus barbara das heißt leute das heißt ja minus ein menschen der das überhaupt macht minus 2 sogar warum sammelst du nur das holz da ist noch was diese pilz ich soll das hier sammeln die wichtigen sachen die pilze essen das wollen uns später sie soll die pilze sammeln und im lager reinbringen ja wir können schon schon cool hier klettern wobei hier ist der wolf jetzt ist die frage ich glaube ich das wird die letzte forschung dann machen wir so dass die dann damit wir plus eins haben wir haben schon minus zwei leute so einer forscht jetzt weiter die bringt einfach sachen der hier macht gerade planken muss man noch steine steinblocks hier und da macht keiner deswegen ziehe ich dem von forschung ab ich muss mal überlegen ja es wird erstmal die letzte forschung sein weil wobei die waffen braucht ja auch aber das genau das nächste mal machen wo ja die brücke brücken das wäre cool ich hoffe der update kommt weil das wäre echt geil die brücken so wir gucken mal also steinblocks ich glaube da schafft keiner mit dem blocks noch also wir ziehen hier gleich dem arm vielleicht macht der blocks beziehungsweise die erstmal die steine holen die planken haben wir schon 45 das ist gut ok da ist jetzt abgezogen das heißt ich hoffe dass die jetzt barbara schaff mal dein arsch her und bringt mal was zu essen keine bäume und so weiter soll es einfach essen sammeln das holz die bringt irgendwie holz und kein keine pilze das ist cool wofür habe ich dich als träger gemacht auch holz sind meine ganze pilze die ich hier dann sammelt durch die pilze und kein holz denn noch mehr hier sind noch pilze sondern sollte sammeln schlager bringen also ich bin gespannt eigentlich weiß nicht wer von euch weiß das was bedeutet über überweisen ich glaube das ist doch das war jetzt macht weil du die bringt einfach sachen was was hier also bergbau ist klar gebäude ist klar das ist bau geduldig was geduldig ist könnt ihr mir mal in den kommentaren schreiben und überweisen ich glaube aber das könnte auch in den kommentaren schreiben ist klar wartung könnt ihr mal in den kommentaren schreiben was das eigentlich ist also vom vom arbeit ja sowas die da damit machen so planken 25 keine macht hier doch glaub er macht gerade steinen also wenn der erste stein da ist dann wird dazu ein stein blocks verarbeitet wir brauchen aber auch steine für die waffen später da braucht man holz und steine um die ersten spüre zu machen was mich eigentlich mehr interessiert wenn eigentlich das essen muss dann brauchen wir noch steine hier rein dann kann barbara auch von mir aus mitwirken was haben eigentlich jetzt geforscht also waffen haben wir nicht mehr also wir haben die drei sachen geforscht ja die architektur also die häuser ich kann euch die mal zeigen haus die brauchen stein blocks 50 könnt euch denken wie viel das noch zu arbeiten gibt sie brauchen 100 das größte haus braucht 200 und 500 landen stiftung stiftung holz war also ich glaube das ist nicht mal ein haus das ist nur das doch ein kompletter haus ich habe gedacht das ist nur das untere bereich aber sonst sind das wirklich kann ich meine kleine häuser also die erste steine kommen wo ist unsere barbara und wo ist unser hartes stein haben wir schon stein blocks haben wir schon wo ist unsere barbara mit pilzen die bringt was sei das pilze sein bringt mein essen das ist schon wieder häuser werden ziemlich viele planten gesammelt gebraucht ja leute ich glaube also die gehen jetzt alle essen weil die bringt alles außer dieser pilze ja für heute reicht es mal glaube ich ich gucke noch etwas leute bei der arbeitsplätze wir haben den stein netz tisch stein schneidetisch melzer brauchen wir noch ja der schmelzer wo ich hier so weil auf der andere seite kommt noch der tisch was braucht sein liegt er braucht eigentlich stein block 60 hat stein block 40 und planten für sich abbrechen noch nicht wir sind noch nicht bereit ich will da noch mal die reale nahe so leute ich will jetzt mal abspeichern sagt vielen dank fürs zuschauen ich hoffe hat es gefallen wenn ihr wisst was zu tun ist leute ich lasse das laufen ich will mal gucken ob barbara wirklich schafft die pilze herzubringen ansonsten vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal euer lonelv3 ciao